Ja halli hallo, ich grüße euch zum, ja ich denke mal letzten Teil von diesem kleinen Test hier, weil irgendwann geht einem das auf den Sack und wir haben es jetzt, 24 Stunden später, ja, es ist halb elf durch, ja und mein eigentlich ja gerade mal zusammengeschobener Testaufbau rattert lustig vor sich hin und wird nicht müde und wird nicht langsamer und ja, das Prinzip funktioniert. Ich werde das Ganze jetzt mal irgendwann abbauen und mal schauen, ob man damit auch Energie erzeugen kann. Bis dahin, ciao ciao.